A-A-A-A-A-A-A-A-'A-A-A-A-A-A-A-A', ich suche nach einer Begegnung zwischen uns, zwischen euch und mir und zwar hier, unserer Peinlich Berühr, ich will, dass ihr euch ein bisschen peinlich fühlt, weil ihr seid, was ihr seid und vor allen Dingen ich bin, was ich bin Und dann werden wir uns alle ein bisschen peinlich fühlen Das fühlt sich schlecht an, doch irgendwann merkt man Man kommt dadurch in einen anderen Zustand Wo man sich ein bisschen besser gegenüber treten kann Wo man merkt, hey, 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 hey Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass ich ein bisschen komisch bin Vielleicht ist es ja gar nicht so schwer, ein bisschen komischer zu sein Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, ein bisschen dumm zu sein Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, mal eine Frage zu stellen Die einen wirklich interessiert, vielleicht ist es gar nicht so schlimm Wenn man mal nicht checkt, was passiert, vielleicht ist es gar nicht so schlimm Wenn man ein blödes Hobby hat, vielleicht ist es gar nicht so schlimm Dass man Musik hört, die sonst keiner auf dem iPod hat Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, vielleicht ist es gar nicht so schwer Das mal zuzugeben, ich glaub, dann ging's uns besser Leute, reißen wir mal zusammen Ich find, wir singen ab jetzt alle zusammen Und ihr singt Oh-oh-oh-oh-oh-oh Ey! Oh-oh-oh-oh Ey, ey, ey